Hi, ich bin Max und ich stehe hier in Berlin vor dem BMAS, Bundesministerium für Arbeit und Soziales. Das gibt's übrigens auch in Bonn. Ich hab mir mal angeschaut, wie das Ganze hier so abläuft. Ich hab für euch acht Ausbildungsberufe gecheckt und dabei die Azubis kennengelernt. Hi, ich bin Laura. Ich bin Stefan. Christine. Imran. Ich bin Alessandra. Tim und Niklas. Ich bin Dora und ich bin Alleskönnerin. Pixelbildner. Rechtsgesammlerin. Kirchenherr. Ich bin Zeichensetzerin. Wie ihr seht, viele verschiedene Berufe. Insgesamt arbeiten hier über 1000 Beschäftigte an vielen wichtigen Themen. Zum Beispiel Arbeitsmarkt, Rente und die Teilhabe von Menschen mit Behinderung. Ich hätte ja gedacht, so ein Ministerium ist total bürokratisch, einseitig. Allfacken. Stimmt aber gar nicht! Das BMAS ist modern, weil wir bei Kultur und Kommunikation mit der Zeit gehen. Das BMAS ist sicher. Ist qualifizierend. Das BMAS ist relevant, weil die Aufgaben und Themen wichtig für die Gesellschaft sind. Das BMAS ist unterstützend. Vielseitig. Gerecht. Es ist perspektivisch, weil es mir eine sehr gute Ausbildung ermöglicht und mir so alle Türen öffnet. Ich hatte echt eine sehr, sehr spaßige Zeit hier im Ministerium. Und vor allem habe ich gelernt, dass das BMAS ein toller Arbeitgeber mit super Azubis ist. Wenn du mehr erfahren willst über die ganzen Berufe und Begriffe, dann schau dir gerne unsere Azubi-Videos auf bmas.de an. Da kannst du dich übrigens auch direkt online bewerben. Wir freuen uns auf dich!